Du musst dann einen schon bereit halten, sonst wird das nicht. Junge, ich schaff das nicht. Mach du mal, versuch du mal. Keiner hat's geschafft. Okay, ich hatte schon pervers. Doch. Der erste Dings-Versuch war schon pervers. Wer es schafft, der kriegt einen Euro. Was denn? Der kriegt den Euro. Wenn er aufhält, ohne dass er nochmal springt. Direkt. Sozusagen so. So direkt. Echt? So. Ja, okay. Halt mal. Schaust du eh nicht, Alter. Wer hat's schon geschafft? Du darfst aber nicht nach oben gucken, gell? Also Sali so halb eigentlich. Halt schon mal so bereit. Sag's doch jetzt oder so. Nee, ich mach's einfach irgendwann. Wenn du jetzt sagst, ist das halt langweilig. Ich mach's einfach irgendwann, du darfst nicht nach oben gucken, sonst bekachst du's. Wie geht's, Alter? Wie geht's, Alter? Wie geht's, Alter? Wie geht's, Alter? Einmal sozial. Guck mal, du kannst die Gelände fachstum. Lieber was tut. Wohleig, gell. Ist gut, jemand. Nein, 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 nein. Jungs, das ist brutal zu verarschen, oder? Nur war auch neu, oder? Bei nur waren wir auch. Zeig mal.